Ich habe einen Ammonass, ein Ärmel, es ist der Schatz, doch Sperren sind viele Runden, doch was Salz, ich will viele Stunden, so knacken sind wir hart wie Holz. Das ging schnell, ich konnte nicht mal das wegfliegen. Ich habe Karte gezogen. Ich habe Michi und Mari in Edmund gesehen. Dann Karte swipen. Ne, ne, Karte, Karte. Ich habe die ganze Runde die Aptoräne abgeschossen. Und Link und Link habe ich gesehen, als die Elektrik hier hochgelaufen ist. Darf ich ganz gut was sagen, mal eine Kleinigkeit? So ganz klar, oder? War das nämlich keiner? Ja, sagt er eine Kleinigkeit. Ja, der Abend ist rumkassend. Wenn ich nur eine Kleinigkeit sagen, weil Tau, Hubi gerade tot ist. Ja, okay, ähm. Okay, Crusher hat uns diesen Mikrofon reingespuckt. Ja, ich habe es ja nicht nur Corona. Äh, Tulin, Tzolli, äh, wie bist du gegangen, wie bist du gegangen? Ich war im Navigation, habe wohl das Licht aufgemacht und dass irgendeinem Kulteus da meine zwei Tasten Navigation nicht machen kann, warum? Dann wollte ich schnelles Fleisch fixen gehen, damit ich dann die Tats machen kann. Was kam für ein Fehler, Meldung? Poster, Poster.exe. Has stopped working. Okay, 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 okay. Äh, Crusher. Da war einfach nicht so umrangig und ich konnte ja einfach auf der Füße drücken. Ja. Ach, du meintest, du konntest ich auf Sabotage? Okay. Äh, Crusher, wie bist du gegangen? Das geht auch nicht, wenn man dann... Ich bin noch im Navigation geblieben, um ehrlich zu sein, als ich habe gesehen, dass Jodie rausgegangen ist. Und ich wollte halt noch so ein bisschen ablaufen, weil ich dachte, ich bin immer noch mit reingegangen in Navigation. Und ich habe gedacht, so... Was ist denn, dass sie selbst reportet? Ja. Und sie dient, was immer selbst reportet wird. Und sie dient, was immer selbst reportet wird. Ja, Crusher, also... Hä? Ich doch einfach... Ich doch sag... Kati hat sich selber reportet wegen der Farbe, wahrscheinlich. Ich bin der Echt. No one was ejected! Mach mal Licht an, Brotan. Brotan, 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 mach Licht an. Es ist dunkel, ich habe Angst im Dunkeln. Der Brotan hat Angst. Oh, danke schön. Danke schön, ich kann das nicht so schnell mit meinem Arm, ne? Ich habe meinen armen Arm. Okay, die sind jetzt jetzt zu weit. Michu, Kati. Wait, 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 sind noch beide da, ja. Michu, Kati ist hier noch ein Rucksack von Kati. Oder ein Backpack oder so, das ist uns, keine Ahnung. Wie lange braucht denn Kati? Was ist das für eine Aufgabe hier eigentlich? Was ist das für eine Aufgabe, oder? Kati, du machst auch zehn Jahre diese Aufgabe, ne? Hä, Junge, Kati, was ist... Ja, gut, Bernie hat also noch eine Rolle, denke ich mal. Aber Junge, Alter. Wird sicherlich schwer ausgemacht, was soll denn das? Safe hat Kati das Licht selber ausgemacht und ist noch hingelogen. Wahrscheinlich. Tablet auf die Headquarters. So, einfach fix aufladen, oder hochladen, was er gesagt hat, nicht aufladen. Obwohl ab, auf, oder hoch heißt. Äh, Tür. Äh, hab Angst, miau, du hast mich jetzt sicher nicht eingesperrt. Soll ich dich melden? Nee. Was ist denn für ein Teil? Ich bin da. Ich bin da. Ja, wusste ich gar nicht. gekillt hätte später das ist auch in storage sag ich doch report 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 ich habe erst die falsche taste gedrückt und zwar war rechts unten ist unten bei dem müll abziehen ich habe erst auf aussehen auf dieses aktions mit dingen machen weil ich drücken aber dann habe ich zum glück report getroffen etwas etwas wahrscheinlich also etwas wahrscheinlich ganz gerochen geschmeckt eine frage was hast du so ganz lange im elektrisch gemacht ja das hat ja auch dreimal ist manchmal fest das ist einfach so aber was wir auf ihrem motto ihren türen zugang in die quali und stimmt sie war nicht am ende aus okay dann aber wenn er sagt in storage hatte der diese müllaufgabe und ist in auto bin ich ihm begegnet hat die müllaufgabe gemacht denke ich nicht dass der so schlau ist und beide fällt und er könnte aber ich glaube nicht dass er so schlau ist und die tür zu machen dass ich dumm bin ja ja wir wollten nicht aber wir halten es kommt das ist noch mal ein kompliment und das ist ein kompliment das ist ein kompliment das ist ein kompliment das schlage ich nicht ja ist hartfall weh ok vogel f vogel f da ja gut es geht der müllfeld heraus habe ich gesehen bisher ja gut aber wo die hätte vor eventuell auch den reich sehen können aber ich habe sie selber nicht gesehen deswegen ist das eigentlich kein richtiger front finde ich woher kommt da da wach hat jemand miau ist da miau mia 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 will die tür zu machen willst du die tür zu machen willst du draus ziehen das war navigation ja entschuldigt kann es sein wie gesagt also erst noch sie poli der stand aber auch verdächtig leider schutz hier mal rein haben wir noch ein paar sekündchen jetzt sind die kameras überhaupt an ja schön wir können alle stehen bleiben das gefällt mir oder soll man nicht sagen das sagt man echt nicht echt so sagt man nicht frech set ihr haupt zu panzen wieder ein paar Oh, so ein Kill-Werts, gell. Ich kann nicht verstehen, wie die haben gemacht, dass die Tats erst angezeigt werden, wie weit der Fortschritt ist, wenn man ein Meeting hat, nur zur Info. Oh, keinen Sinn. Junge. Ey, was war denn das für eine Aussage jetzt von Crusher? Pulli, was? Da, fucky, fuck, ich geh weg, hört sich jetzt jemand zu rot? Junge, ich hab gesehen, wie Pulli ein Messer durch... Junge... Und wie sollst du... Ich hab dich gar nicht mehr gesehen, Mario. Hä, bist du blöd? Wir sind die ganze Zeit im Kreis gelaufen, auf einmal Kills zu wen? Wo denn? Ja, neben den Camps, auf der Kreuzung. Was laufest du? Ich lauf da weg, als weit ich weglauf. Komm mit Crusher in Geh oder ist das jemand zu? Da, fuck. Was, wo liegt die Leute? Was, du wolltest du? Lauer Engine? Scheiß, du bist nach oben gelaufen gerade. Das war gut, das war gut. Habe ich schon mal gesagt, dass Jason mir Angst gemacht hat, weil er mich verfolgt hat? Ja, Kati und ich laufen weg und plötzlich ist dann... Du bist nicht weg gelaufen, ist hoch gelaufen. Du hast mir gekehlt, du bist hier runter gelaufen. War Pulli hinter dir? Nö. Wollte grad sagen, weil ich bin ja... Aber ich war schon ein bisschen weiter und du kamst mir nicht entgegen. Ja, Kati war schon lange weg. Ja, direkt auf dem Weg zwischen der Reaktor und... Aber, keine Ahnung, ich... Aber Crusher ist schon ziemlich sehr am Polyprotecten hier. Ich habe niemanden protected hier, Mario. Ich hätte mich nicht mal protected. Nein, der einzige, der mich die ganze Zeit hätte killen können, ist Jason. Hi. Ja, der braucht wen, der braucht wen, damit er nicht allein ist. Deswegen macht er das nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab wohl keine Chaos für. Es war sowas von Selfreport. Ich go, oder? Warte, haben wir schon jemanden rausgevotet? Leute, es war Mari. Es war ein Selfreport. Ich bin weggegangen. Ja, klar. Ja, klar. Ich hab Mami nicht mal mehr gesehen. Er sagt, er hat mich nicht gesehen und er stand in mir am Ende. Er hat mich nicht gesehen. Nein, niemals. Du kannst mich nicht sehen. Moment, ganz gut. Du kannst mich mal eine Ahnung. Und wie ist das? Reinst du mit deiner Leiche drüber und schaust dir nicht an? Oder reportest du sie, Poly? Ich hab nie mal eine Leiche... Ich hab keine Leiche gesehen. Junge, du warst auch genau da. Bist du was? Nein! Ich hab doch keine Ahnung. Ich war nicht mal in der Farbe, wo wir alle waren. Der Nächste will was sagen, also. Nee, wir haben noch niemanden rausgewordet. Ah scheiße. Ich wollte gerade bei Osten. Ich wollte gerade fragen, wir haben schon... Ich wollte gerade fragen, wir haben schon mehr... Schau da, da war einer meiner Meinung. Ich hab es gibt. Einer war meiner Meinung. Ich hab es ja nicht mal geh... Ich hab nicht gewotet, weil... Ich hab nicht gewotet, weil es nicht um seh zu rum. Und ich wollte gerade fragen, ob wir schon niemanden rausgewordet haben. Weil sonst wird es jetzt scheiße. Und macht eure scheiße Tasks noch, Alter. Macht eure drei Tasks noch. Oh, Gott. Nice, Katja. Wir hatten seit Hasri ewig nicht gemacht. Das war Katja, einziger Kill. Das war Katja, einziger Kill. Ich hab alle gekillt. Ich hab alles wieder gemacht. Ich hab doch gesagt, dass Poli war, mein Gott. Alter, ja. Könnten wir über die Leute ansprechen, die es gibt, bei sechs Leuten, wo zwei Poster dabei sind. Ich bin nach Poli gegangen. So ein Witz, Alter. Wir haben die ganze Zeit zu viel rumgetan. Ich hab nicht geskippt, das war Choke. Ich war der einzige Vote für Poli. Ich hab gar nichts gewohnt. Du hast gesagt, dass du geskippt bist. Ja, ich hab's gesagt, ich hab's aber nicht gemacht. Was? War die, Alter. Ich werd nicht mehr gefasst. Äh, ich werd nicht mehr gefasst. Ich war nicht mehr gefasst. Äh, ich werd mal auf, wenn ihr die Aufgaben fertig habt, das zu sagen. Ja, ne. Einfach immer gemütet bleiben. Ich hab nicht gemütet bleiben. Wot. Wenn kein Meeting ist. Außer, außer geht direkt afk oder so. Wie das? macht auch aufgaben dann haltet als geister die schnauze macht einfach aufgaben sagen ja ich hab also ein solch das manche verstehen also was wichtig wir machen double kill an marie und dann und dann wäre es leute gewesen ihr wart es nicht gut mein intro sagt ja auch dass manche runden sperrmüll sind nicht und so ist es auch ich will mal sagen dass ich unter sechs runden noch kein einziges mal auch andersweise imposter war nicht mal andersweise nicht mal halb nein ich meine dann kommt irgendwie kein bock das polio so läuft jetzt in so laufen jetzt alle unten rein wenn oben ist noch geräusche macht muss ich das verstehen kann es doch in eine machen werden die bitte käme nicht aber bernie war es auch noch nicht da kann ich sie kühlen wenn er will dann den boend gehen macht er nicht hätte auf jeden fall machen können ich steht auch schon lange da ganz kurz danke ihr habt eine sekunde gerade gelassen einfach dass ich meinen download fertig machen ja weil wir das so wissen können ja ich weiß ich war auch mit karten reaktor ich denke mich das ist ich denke nicht dass ich war rechts bei raumschiff liegen bei den leichten da gesehen ja nur eine berlin hat mich gesehen dass ich rechts war es war auf jeden fall nach dem o2 weil ich sowohl jodie als auch glaube ich beim o2 noch gesehen habe in atmen bist du eigentlich alle leonin bloß dass es weiß ich habe meinen scan abgebrochen weil ich gedacht dass du hast gut passt und war drin also können dann anhand ich habe aber vielleicht hier unten bei der wir haben ja mit dir runter gelaufen also ich weiß nicht ob ich kathie vertreten risiko eingehen und jemand raus wo oder spielte was ich ja nicht dumm war ich war ich war halt mit kathie nicht ganz rund unterwegs war nur leute bei sieben nicht wunderbar wir können das risiko eingehen habe ich ja komm es gibt mal ich bin hier der bot ja er hat sogar ein b im namen wie bord das cool politische qualität die aussage hat nicht ganz gezündet polio bitte auf leute zu muten hier auf dem disco server danke du musst die rechte weg nehmen wait ist er gerade in den raum gegangen und ich habe es nicht gesehen ich habe es nicht einmal falsch im bildschirm schauen wer war das jetzt auch gar nicht ein bisschen genauer schauen hätte auch sich unten rum gehen können wir haben es das geht das geht das geht das geht der hätte mich richtig aber das überlegt wer weiß ja wenn jetzt eine aussage mit dem mädchen oder es hat jemand karlasen an der kreis party machen wenn ich so zu tun Das ist dumm. Oh Gott. So lange hier blingend bin ich hier gerne. Okay, nein. Das ist nichts. Okay, jetzt ist niemand mehr in den Camps. Warum ist keiner mehr in den Camps? Micho ist in den Camps. Hallo, hallo. Wir können ja mal schauen, wie doch alles lebt, ne? Wir scheinen wie alle keine Tasks mehr zu haben, habe ich das Gefühl. Doch, doch. Ne, ne, ich habe noch genügend. Ich habe keine mehr. Ich glaube, Leoniert auch noch. Wir haben in der Kamera getan, so was sagen wir nicht mal. Ich kann jetzt 100% sagen, Kati ist Crewmate, sonst hättet ihr mich schon längst töten können. Ja, aber ich wollte gerade sagen, ich habe euch oft... Ja gut, wenn ihr das so sagt, dann können ich Crusher micho auch saveen. Ja, aber das Ding ist halt auch die letzte Runde davor halt, aber hat ja auch kein bisschen Gefühl. Am Ende war sie es trotzdem, also es ist nie ein hundertprozentiger Beweis, aber... Ja... Ich sehe euch alle auf meinen Seite, komm her. Hey, keiner, wir skippen alle, es ist nichts passiert. Ihr, ihr paar Leute macht noch eure Dinge. Macht mal eure Tasks, dann ist es entspannt. Witzige, witzige Geschichte, Mari tanzt, Camps gehen aus, ich will schauen was mit Camps ist, Mari tanzt weiter. Hä, Junge, ich tanze auch wenn die Kamera aus ist, also. Hehehe, okay, dankeschön. Ich glaube das ist Poli, wo mich gewartet hat Ehre. Ich kenn dich hier. Amazing. Pst. Passiert halt nix, ne? Ich glaube ich geh jetzt auch mal in die Camps, ne? Warum nicht? Hier unten. Was ist das? Was gibt's hier auch? Ich bin zu sicher, dass es hier auch gibt was, was das bringt n' das? Was macht n' das? Warte n' das. Warte mal bitte. Kart hier. Geht doch alle mal raus. Oh, oh. Ja. Ja. Und die anderen sehen's. Und die anderen machen. Oh, smart, alter. Sehr smart, ne? Ich will schon was sagen. Bernie. Ja, schwein. Ups. Die beiden. Was du sagst? Jo, ich muss sagen. Aber Katis, jede Runde, jede Runde, ich bin sie. Ja, weil wir die ganze letzte Runde miteinander umgegangen sind. Sie hat mir, äh, sie hat mich die ganze verfolgt, wie ich meine Tasks mache. Also bin ich ihr jetzt grad, also hab ich sie jetzt gerade verfolgt. Aber effektivst du mir einfach deine Tasks machst, das müsstest du eigentlich wissen. Ja. Ja. Vor allem. Oh, wir sind fast alle durch. Ja. Wir sind alle durch, und als ihr im Porsche müsst ihr den Gertensabill kümmern. also ich finde also auch wenn ich das empfinde ist ein ziemlich erfahrener spieler und hat trotzdem vorhin allein bei acht leuten immer vorgeschlagen das risiko eingehen vielleicht irgendjemand eine idee hat ja dass er die body verschwinden lassen hat ja ja habe ich wieder vergessen ich würde nicht die taten wir müssen trotzdem raus und wenn dabei kommt es egal wie viele tats wir nur brauchen aber jetzt hat man nicht überhaupt ein alibi du hast mich in elektrisch gesehen wer ich ja du ich bin nie in die elektrische reingegangen schwierig was unter elektronik hat hat mich vor kurzem noch mal gesehen am lichtschalter nein ich war nie elektrisch für die runde so viele leute die können direkt drücken die können direkt drücken nur drei aufgaben leute seid ihr so junge die schaffen es nicht mehr ja das war ziemlich smart bitte bleibt mir geht nichts geht bleibt nichts zusammen um die türen gehen gehen und kämpft zu ich dachte so ich wollte gerade bei marie report klicken das war so riskier ich hatte auch so als das politische ich habe hier gesehen der runde davor am ende ich nicht ich war nie in elektrisch aber ich weiß dass zwei leute da unten im gang war das war ich auch über das verdächtigt hätte ich nicht gewusst dass karte die katze nächstes mal wenn du wieder ein poster bist sagen dass du es bist wie bei mir letztes mal ist der fall voll netz einfach ich war die letzten zwei runden die ganze zeit mit leonie und wir die ganze zeit weieinander und dann werde ich ausgebotet wo ein double kill passiert ist und kati und sieht ihr was sind die ganze zeit umeinander gelaufen die haben wahrscheinlich waren ja schön ich war der einzige da wo kati gewohnt hat und ja war die auch die für sind die her die sie 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 den sie